herzlich willkommen liebe leute zu meinem jikun video guide hier von mmozone wir sehen den guten beziehungsweise bösen boss hier schon ist der erste boss der wirklich ein bisschen taktik brauche und ja deshalb möchte ich euch jetzt hier zeigen wie ihr den boss gelegt haben es gibt da sicherlich verschiedene taktiken aber ja viele wege führen nach rom sage ich mal der entscheidende punkt bei diesem boss sind die nester die hier in dem horst von jikun überall verteilt sind ich habe jetzt einfach mal ein beispiel von der unteren ebene dann gibt es noch eine obere ebene schauen uns erstmal die untere ebene an auf der unteren in den unteren nestern schlüpfen so fünf küken die haben 1,1 millionen lebenspunkte im 25 spieler modus und ja sollten sofort getötet werden sobald man einen küken tötet lassen die wiederum eine feder droppen die sich dann die dds auf der plattform oben wo der eigentliche jikun kampf stattfindet erholen können und sich so ein buff holen dazu aber gleich noch mehr ansonsten gibt es noch eine die oberen nester da sind die reifen eier von jikun drin haben 1,8 millionen lebenspunkte sind dafür allerdings auch nur drei statt fünf und ja eure erste aufgabe sollte es jetzt wirklich sein gruppen einzuteilen die zum einen die unteren eier macht beziehungsweise nester macht und natürlich die oberen nester ihr solltet darauf achten dass ihr bei der unteren gruppe mit den fünf küken vier dds und ein heiler abstellt und bei der oberen zwei dds und ein heiler ein heiler ist immer ganz wichtig denn der boss hat diverse ae fähigkeiten und geht ihr ohne hielder hoch oder runter sterbt ihr einfach so das fliegen möchte ich euch noch kurz zeigen seht ihr hier schon anhand des bildes ich habe so wieder so ein action button in der mitte und ich habe so flügel um mich herum das sind die ddlischen schwingen insgesamt hat man vier aufladungen also man kann vier mal fliegen man hat ein debuff von zwei minuten und ja das erlaubt es uns halt in diesen zwei minuten keine weiteren federn von diesen küken hier aufzunehmen jetzt kommt es natürlich darauf an in welcher gruppe ihr seid ich war jetzt in der gruppe die die oberen nester gemacht haben und ja andere werden dann nur eingeteilt und holen sich den futter buff das ist zeige ich euch hier in dem bild mal beim hoffliegen sehen wir gleich auch im video noch habe ich direkt den futter debuff bekommen das heißt ich habe pro stack 30 prozent mehr schaden verursacht und heilung erhalten das ganze ist bis zu einem 200er 200 prozent mehr schaden beziehungsweise mehr heilung erhalten möglich und ja wir haben ja bei uns im raid halt die gruppe zwei später eingeteilt besteht vorwiegend aus milis sind glaube ich zwei rogues drin und werden wir gleich auf jeden fall noch sehen die holen sich dann halt immer holen sich dann einmalig die federn und fliegen dann oben immer sobald jikun ja ich sag mal junge füttern wirkt fliegen die und fangen das futter ab damit das zum einen nicht unten landet beziehungsweise keine pfützen entstehen denn die fütter pfützen sind auch noch ein problem für sich die zeige ich euch hier einmal und ja ihr seht ja hier schon überall die grünlichen futter pfützen ja die verursachen schaden wenn man drin steht pro sekunde 100.000 schaden das besondere ist wenn man länger als drei sekunden drin steht saugt man diese futter pfützen auf und sie verschwindet allerdings bekommt man dann ein stack von vollgeschleimt und ja mit jedem stack von vollgeschleimt erhöht sich der schaden um weitere zehn prozent das heißt man kann jetzt hier bedingt wirklich nur die futter pfützen aufsaugen außerdem bekommt er noch einen debuff über fünf sekunden wo er pro sekunde 50.000 schaden bekommt und ja das ganze steckt dann natürlich ins unermessliche und ihr könnt das also nicht unendlich hier viel die futter pfützen aufsaugen das geht leider nicht ansonsten eine weitere fähigkeit die wir im kampf sehen werden ist das sogenannte abwind ist ein acht sekunden cast und dabei drückt uns jikun an den rand der plattform und mit etwas pech fallt ihr runter habt dann ihr sterbt nicht aber ihr seid halt einfach eine weile nicht beim geschehen dabei sondern ihr fallt erst mal richtig tief und werdet dann langsam mit diesem bekannten drehbewegung wieder auf die plattform hoch geschleudert beziehungsweise fliegt langsam hoch vermeidet einfach dass ihr wirklich vom abwind runter fallt in dem ihr einfach kurz vorher wirklich euch in der mitte von jikun sammelt und dann natürlich gegen den abwind lauft das ist denke ich ganz klar so eine weitere fehlkeit auch ae schaden ist die fehlkeit federkiele ihr seht es hier dabei dreht sich jikun in der mitte schnell und verursacht ebenfalls acht sekunden lang pro sekunde 88 tausend physischen schaden und ja den müsst ihr einfach weg heilen da gibt es leider keinen trick das irgendwie zu erweiden und ja die letzte und eigentlich mit naja nicht wichtigste fähigkeit aber eine wichtige fähigkeit ist das krechzen ihr seht ja schon anhand des bildes einfach schön verteilt aufstehen im umkreis von acht metern sollte neben euch sich keiner befinden und ja das waren jetzt knapp fünfe und halb minuten theorie ich würde sagen wir schauen uns jetzt mal die bewegten bilder an und dann gebe ich euch natürlich weitere tipps und ja bevor wir wobei der pult fängt jetzt hier statt ganz kurz die gruppe vier ihr seht sie ist nicht in range das ist die gruppe die sich um die unteren nestern kümmert ja ein heiler vier dds und die kümmern sich dann um die küken ansonsten bleiben erst mal alle gruppen hier oben dealen kurz auf jikun ich bin in gruppe drei und werde gleich mit daniel und dem konfuzius dem guten flo oben die oberen nester machen dafür holen wir uns jetzt schon bevor die gruppe beziehungsweise die gruppe ist jetzt gerade auf dem zweiten nest angelangt ihr seht die aktiven nester immer mit so einem roten schreien markiert und ja wir helfen jetzt einfach kurz hier unten mit die küken zu töten hätten wir eigentlich nicht gemusst aber wir wollen uns den futter buff holen der jetzt hier gerade vom himmel runterfällt und ja da haben wir jetzt einen also ich verursache gerade 100 prozent mehr schaden ich habe nur zwei futter brocken abbekommen und ja einfach 100 prozent mehr schaden oben links seht ihr noch den timer 15 sekunden hält der futter debuff noch insgesamt hält der 30 sekunden und die untere gruppe macht das dritte nest mittlerweile danach kommt das vierte nest und das fünfte nest ist dann ein oberes und unteres nest das heißt ja wir werden nachdem der boss den abwind gecastet hat direkt nach oben fliegen das sind eben auch immer dieselben wenn man so möchte immer dieselben nester die aktiv werden also ihr habt ja gesehen wo es gestartet ist und dann geht es hier im uhrzeigersinn herum und oben gibt es auch eine feste reihenfolge die zeige ich euch gleich natürlich auch noch wir warten jetzt hier kurz den abwind und ja abwind einfach gegen den boss laufen und ihr seht hier wird man doch gut runter gedrückt wir haben jetzt noch 15 sekunden 14 sekunden bis oberes und unteres nest startet und wir fliegen jetzt hier einfach mit aufs obere nest und dort warten wir einfach bis die reifen eier von jikun schlüpfen ähm aus diesen würde wenn man die nicht tötet ein jungvogel entstehen der würde oberhalb von jikun kreisen und ja auch mit dem chirpen einfach 200.000 schaden verursachen und das gilt es einfach hier zu vermeiden und ja knapp zwei millionen haben die reifen eier von jikun wir fliegen direkt zum nächsten ähm ja das findet direkt daneben statt sind auch wieder drei eier und wir haben wieder ein heiler dabei äh wegen der fähigkeit ähm äh federkiele zum beispiel macht hier einiges an schaden also die federkiele müssen einfach weggeheilt werden und ja reifes eier von jikun hier wieder fokussen ich habe noch einmal einmal kann ich noch fliegen und ja das dritte oberen nest befindet sich direkt oberhalb von jikun ähm dort fliegen wir jetzt auch direkt hin wenn wir das hier getötet haben ja wohl haben wir wir fliegen da jetzt hin und ähm das ist dann auch mehr oder weniger direkt das letzte nest in der zwischenzeit haben hat sich unten schon eine weitere gruppe ebenfalls federn geholt und die fliegt jetzt gleich hier hoch denn ähm ja wir müssen jetzt runter uns einen neuen fliegenbuff holen ähm weil hier oben kriegen wir leider keine federn die droppen nur unten bei den küken aber in der zwischenzeit hat sich halt unten die gruppe ich glaube es war einer es waren spiele aus der gruppe fünf mit zwei druiden und einem mili noch die machen dann hier oben die nächsten beiden eier ähm die fliegen jetzt hier gleich hoch sieht man dann und wir springen jetzt hier einfach runter das sieht höher aus als es ist es man bekommt nur 72.000 falsch schaden und wir müssen uns direkt beeilen denn wir sind hier vorne wieder bei den küken holen uns den buff äh die feder und hauen direkt wieder ab und dealen jetzt beziehungsweise jetzt hätten wir wir haben den fehler gemacht ähm wir sind direkt hier hoch geflogen fehler insofern dass es kommt jetzt erstmal eine längere zeit nur ein unteres nest wobei jetzt nochmal ein oberes und unteres nest das ist dann das von der gruppe zwei beziehungsweise gruppe fünf die sich hier oben dann befinden und kaputt dealen ähm das haben wir aber leider auch nicht geschafft das heißt wir haben gleich drei jungvögel in der mitte die sind allerdings nicht so schlimm ähm wir hätten jetzt allerdings nicht direkt nach oben fliegen sollen sondern einfach ein bisschen weiter auf jikun dealen können und so hätten wir den kampf einfach ein bisschen ja verkürzt ihr seht ja wir stehen jetzt hier oben doof rum und fragen uns was geht ab wo bleiben die nester es sind jetzt nur untere nester als nächstes kommt auch nochmal ein unteres nest das heißt hier oben ähm wasten wir wirklich zeit aber jetzt nochmal runter und dann wieder hoch dann reichen die federn leider nicht mehr deswegen müssen wir hier oben bleiben und ihr seht jetzt hier die drei vögel haben knapp zwei millionen lebenspunkte und die wirken jetzt hier gleich die fähigkeit schirpen ähm ja ansonsten wichtig ist für die dds aus gruppe zwei bei uns seht ihr ja sind schattenpriester jäger und die ähm schurken die gehen ebenfalls auf ansage runter und holen sich auch ein fliegen buff und sammeln dann immer das futter welches jikun nach oben schmeißt ähm ein und die bekommen dann so den buff ähm futter dieb und verursachen dann halt bis zu 200 prozent mehr schaden und ihr seht ihr anhand des äh dps meters die beiden schurken der jäger ist dann doch relativ weit oben und ja dasselbe jetzt hier oben nochmal ähm oberes nest wieder die drei reifen eier zerstören danach an das nächste nest das liegt rechts von uns und danach nochmal in die mitte und danach sollte der boss tot sein ihr seht ja schon er hat noch knapp 30 prozent lebenspunkte wenn man mal rechts schaut also 255 millionen lebenspunkte ich habe mir jetzt hier versehentlich bob gegeben habe das auf der ja num 5 mehr oder weniger ich spiele mit einer razer naga und auf der num 6 hatte ich halt den fliegen die dieses fliegel flügen flügel aktivieren und ja derweil unten geht es eigentlich weiter wie bisher im vorwort habe ich eigentlich schon alles wichtig erzählt für die tanks noch ein ganz wichtiges wort ihr müsst natürlich ähm die infizierten krallen beziehungsweise bei den krallen reißen ein tank wechsel vollziehen denn ja man kann hier nicht mit einem tank spielen ihr braucht zwei tanks die sich wirklich um g kun kümmern und ja die fernkämpfer beim krächzen schön auseinander stehen und wenn ihr das dann mit den eiern hier oben hinbekommt und unten vor allem die gruppe gruppe 4 war das bei uns die das gemacht hat ist mittlerweile auch schon zwei spieler tot aber die sind auch nicht mehr unten wobei doch sie sind unten wenn wenn das läuft dann ist der boss eigentlich relativ einfach wir haben gestern eine knappe dreiviertel stunde stunde gebraucht für den boss der trash bis zu g kun allerdings ist der übelste abfuck ich weiß nicht was blizzard sich dabei gedacht hat aber sowas habe ich noch leider noch nie erlebt und ja hier habe ich meine flügel gezogen das war auch fail weil ich eigentlich hier das den futter dieb holen wollte meiner meinung auch durch geflogen bin aber habe leider kein buff bekommen und ja noch mal ein wort zu den futterflächen futterfützen wie gesagt wenn ihr da drei sekunden drin steht verschwinden diese achtet aber wirklich auf euren naja die buff ihr seht die schurken können das wohl mit finte ganz gut machen die haben jeweils ein 7er und 8er stack aber mehr geht dann halt leider auch nicht und ja g kun hat jetzt hier noch zehn prozent wenn ein paar jungvögel oben sind ist nicht so schlimm ist natürlich nicht schön aber es geht der boss geht trotzdem down und ihr seht es ja jetzt hier warten ja erster kill relativ chaotisch möchte ich mal sagen ja das a und o sind hier halt wirklich die ansagen von eurem raid leiter beziehungsweise auch naja die gruppen einteilung wie gesagt für oben und unten die nester benötigt ihr jeweils ein heiler und für die unteren nester vier dds für die oberen nester drei zwei dds und ja im großen ganzen war es das g kun stirbt jetzt hier es war dann kurz vor elf gestern abend am patch day wenn man so möchte wir haben nachmittags schon angefangen und ja kill nicht schön kein schöner kill aber boss ist down und nur das zählt und ja ich bedanke mich wie immer an dieser stelle bei meiner guild und disputed vom eu realm terror da ich bedanke mich bei euch für eure aufmerksamkeit hoffe natürlich der guide hat euch gefallen und geholfen und wir haben das av vergessene tiefen bekommen und ja ich sage bis demnächst macht es gut haut da rein ciao bis zum nächstenок bis zum nächsten